Es ist kurz nach Mitternacht, als die Stimmung bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München endgültig kippt. Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung im 24.15. Vorausgegangen war dem Tumult eine Diskussion über das Qatar Airways Sponsoring. Einige Bayern-Mitglieder kritisieren Menschenrechtsverletzungen in dem Wüstenstaat, wollten einen Antrag einbringen, um über die umstrittene Partnerschaft abstimmen zu lassen. Erfolglos. Viele Fans sind sauer und das ist nicht das einzige Konfliktthema bei den Münchnern. Weiterhin Dauerbrenner, der Ungeimpfte und mit Corona infizierte Joshua Kimmich. Bei den Mitgliedern allerdings viel Verständnis. Er hat eben jetzt da einfach Bedenken gehabt. Eben weil es keine Impfpflicht ist, muss man eben auch die Meinung der anderen respektieren. Mein guter Spieler Joshua Kimmich ist jetzt raus durch die Infektion. Ich bin Arzt, also das passt jetzt. Er gilt als genesen dann demnächst, wenn er negativ getestet wird. Oliver Kahn nutzte seine erste Rede als Vorstandschef, um für die Impfung zu werben, äußerte aber ebenfalls Verständnis für Kimmich. Damit dieser Albtraum endlich, endlich zu einer schlechten Erinnerung wird, ist es das beste Mittel, sich impfen zu lassen. Corona hat uns mit etwas konfrontiert, das wir so alle noch nie erlebt haben. Und das führt bei vielen Menschen zu Unsicherheiten. Und ich sehe jetzt keinen einzigen Grund, warum das im Fußball anders sein sollte. Der Bayern-Star muss insgesamt 14 Tage in Quarantäne und verpasst deshalb wahrscheinlich den Bundesliga-Gipfel gegen den BVB am 4. Dezember, wo ein Sieg sicherlich wieder für etwas mehr Ruhe bei den skandalgebeutelten Bayern sorgen könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017